Hallo und herzlich Willkommen zu Battlefield 3 mit dem Kamatsu. Krise Leute! Und mir, dem Noko. So, wie versprochen, zweite Runde TDM diesmal auf Operation Metro. Gegner scheinen wieder sehr stark zu sein, also ist jetzt ein anderer Tag, wo ich das aufnehme. Ist das ein Hacker oder warum holt er mich mit einer PP19 mit einem Schuss? Ey, immer dieser Hacker. Schnapp's. Ey, da... Dieser Positive Games CW holt er natürlich auch immer mit einem Schuss. Das ist krass, seitdem das Game kostenlos macht. Oh, meine Fresse! Bist noch voll dabei, den ersten Visier zu... Den ersten ins Visier zu nehmen? Ach, die Schnauze, Mensch! Das ist oben überwärtiges Stück Scheiße! Bist dabei, den ersten verdammten Wichser ins Visier zu nehmen, wirst du, da knallst du noch nicht so an! Oh, schon wieder der Posse... Also... Also wenn der Positive... Also wenn der Positive Games nicht am Hecken ist, dann weiß ich auch... Also... Weil ich dann Granatwerfer hab! Ich hab... Ich hab... Ich hab ihn defibrilliert... Ich hab ihn defibrilliert... Hey, Komsom! Schreist mir jetzt... Jetzt pack ich die Spass 12 aus! Wo ist die Spass... Da ist die Spass 12! Was? Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Nein, nein... Ich weiß gar nicht... Na, was zum Hängen? Hey... Bester Spawn! Ey... Die Spawn und... Du Spawns wirst... Steht instant vor dir! Er steht instant vor dir! Das ist ein Mist geworden! Ah! Positive Games, Arschloch! So ein Arschloch! So ein Hurensohn! Auf meine Fresse! Das regt einfach mal auf! Scheißhacker! Ey! Positive Games! Minderwert... Ey! So ein minderwertiges Stück! Scheiße! Alter! Ohne müsste es einfach eine Last in diesem Typen! Sofort! Nein! Ey! Ich hab geguckt! Spawnt einer! Nein! Du spawnt keiner! Auf einmal! Ich drehe mich um! Ey! Der gammelt immer noch dort! Scheiß Level 5er! Oh Gott! Das kann! Nicht! Sein! Was ist aus diesem Scheiß Game geworden? Nein! Du siehst ihn noch nicht mal! Ich wurde Promoted! Oh! Kann jetzt 20! Oh! Oh! Juck mich doch mal! Oh! Hornsang! Oh! Hornsang! Ey! Holt mich weg! Holt mich weg! Alter von Bude! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich weiß nicht, dein Zentriste. Jetzt bist du echt. Oh, meine Fresse! AK-74M, wie kackt mit einer AK-74M? Wenn sie ihn an Osch schieben. Beim Kacken? Ja, von mir aus. Ist ja nichts Neues. Wo ist er hier? Ich hab ihn doch genau. Alter, von hinten! Freschheit. Meine Fresse! Hast du den ersten im Visier? Komm von hinten, der nächste! Keine Analysten! Ja, genau. Immer von und drauf. Ja, fetten! Ja, und das sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich und der liebe Goethe Kamatsu etwas rumgeraged, beziehungsweise rumgeschrieben haben. Apropos Kamatsu. Seinen Kanal-Link findet ihr ganz oben in der Beschreibung. Bitte schaut mal bei ihm vorbei. Er ist echt ein korrekter Typ und macht auch, ja, echt gute Videos. Und das soll es auch auf alle Fälle wieder von mir gewesen sein. Ich bin raus, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Tsch ones die. Tsch.